Hallöchen meine lieben Freunde! Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy XIV Heavensward! Wupp wupp! Duftertyp wieder am Start und meine Güte, mir fällt gerade etwas auf. Das habe ich auf meinem Mainchar schon die ganze Zeit gemacht. Das mache ich jetzt hier auch und zwar werde ich ein bisschen die Steuerung ändern. Und zwar werde ich auf Legacy umschalten. Weil das macht mir das ganze AOE-Hoppen ein klein wenig einfacher. Willkommen zurück, freut mich dass ich wieder da bin. Und ihr mir wieder zuschaut. Wie ihr seht, ich bin auch schon Stufe 57 geworden. Es geht bei Alphino weiter, der mir diese Quest erst mit Stufe 57 offenbart. Und dementsprechend aus dem Palast der Toten direkt wieder nach Ishgard zurückgekommen. Also, los geht's! Alphino, was hast du mir zu sagen, du kleiner Typ? Kern des Widerstands. Es muss doch möglich sein, dieses Langohr aufzuspüren. Vielleicht hat Tataru eine Idee. Wo ist sie übrigens? Ich dachte, sie wäre mit dir unterwegs. Bist du ihr nicht begegnet? Wir sollten sie lieber suchen gehen. Okay, Drama Lala. Das werden wir auch direkt machen. Wo bist du? Wo bist du, du kleine... Du, du kleines... Lala Vieh. Oh, guck mal, da ist ein Zielort. Der leuchtet so schön. Dann würde ich mal sagen, wir werden uns dort direkt hinbegeben. Mal schauen, was dir passiert. Ausschau halten. Okay, guck dich mal um. Leere Gasse. Von hier ist Tataru nicht zu sehen. Meh. Ah, da drüben haben wir auch ein Zielort. Na, ganz geil. Ist ja nicht so, dass wir direkt von dort runter kommen. Aber schaut mal, da drüben ist Alphino. So. Ich wette, dann müssen wir gleich zu ihm rüber. Weil wir von hier aus ebenfalls Tataru nicht sehen. Oh, guck mal. Ein Gildenmitglied. Keine Spur von Tataru hier. Wie sieht es bei dir aus? Hm, hm. Aha! Zur Hilfe! Das war doch Tataru Stimme. Jemand ist hinter hierher. Los, schnell! No problem, bro. Was gibt's hier rum zu schnüffeln, hä? Ach, ich wollte gar nichts böses tun. Wirklich. Bitte, bitte lasst mich gehen. Was ist dir los? Und was willst du, Milchgesicht? Verzieh dich! Hey, die kenne ich. Die haben sich bei den Fortons eingenistet. Ah. Ja, richtig. Ihr seid wohl für die hohen Herrschaften auf Heretikerjagd, hm? Und wollt Papa Edmond flüstern, dass hier was im Busch ist? Das werden wir schon verhindern. Nein. Wir sind gekommen, um dem Volk von Ishgard zu helfen. Aber dazu müssen wir alle zusammenarbeiten. Zusammenarbeiten? Frech wird er auch noch. Wir zeigen dir mal, wie gut unsere Fäuste zusammenarbeiten. He, he, was wird das hier? Wollt ihr zwei Kinder und ihre Amme abmurksen? Hilda? Hilda? Legt Hand an die Schoßhündchen der hohen Herren und ihr riskiert den ganzen Arm. Die große Heldin. Was könnte sie nur von uns einfachen Leuten wollen? Kann ich dir sagen? Wir wollen Frieden und Freude. Und Kekse wären auch ganz nett. Na gut. Hilda, was hast du mir zu sagen? Du Oberklown der Aufständischen. Hier können wir nicht reden. Hier können wir nicht reden. Los, in den vergessenen Ritter. Okay. Aber weh, du bedrohst mich mit deiner Knarre, sonst komme ich mit meiner an. Ha, 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 ha. Mach dir nichts dramatisches. Wupp. Nee. Das war mal voll Fail. So viel zum Thema... Schöne, ähm, Kunststücke und so weiter. No, ist nicht der Fall. Aber jetzt komm ich hier durch. Kink, kink. Wir laufen hier hin. Und ich denk mal, Hilda wird uns sicherlich ganz, ganz viele tolle Informationen liefern. Wobei ich mich auch ein Stück weit ärgere gerade. Weil es kann ja nicht sein, dass sie sich erst die ganze Zeit vor uns versteckt und jetzt hier einen auf Ich-bin-mal-voll-fett-für-euch-da-macht. Aber egal, gucken wir mal. Der Kampf von Kern des Widerstands beginnt. Ja klar, komm, wir hauen die kaputt. Wieso eigentlich Kampf? Spoiler! Keine Ahnung. Schon wieder vergessen. Ich-bin-mal-voll-fett. Was für ein ausführliches Gespräch. Ich-bin-mal-voll-fett-für-euch-da-macht. 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 Das ist der Grunde-Taturwald. Gerne. Nur nicht so schüchtern. Lasst uns nach draußen gehen. Ihr werdet euch den Tod noch herbeiwünschen. Ja, komm schon, du oller Geier. Dir werden wir mir so richtig schön die Fresse polieren, du Laberkopp. Okay, wir fangen jetzt mal mit den kleinen Lappen an. Haben wir hier... Ah, da haben wir einen Wundarzt. Den kreimen wir uns gleich als allererstes. Ah, super. Aber natürlich erstmal schön mit dem Roter vergeigt. Ist aber nicht dramatisch. So, nochmal kurz einmal... Schild an. Na komm, zack. Die halten hier ja gar nichts aus. Wirkt ja schon fast so, als ob ich OP bin. Bin ich aber gar nicht. Ihr seht hier auch schon die Königsklinge. Die Königsklinge habe ich normalerweise auf der Stufe noch nicht. Das kam durch... kam durch den Palast der Toten, den ich den einen Tag gegangen bin, um ein Level abzubekommen. So, ist hier irgendwo ein Wundarzt da als ein Wundarzt. Boom. Erstmal dich hier kalt machen. Du widest mich an. Ja, ja. Du mich auch. Ist aber nicht schlimm. Wir haben es ja bald hinter uns. Nein, 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 nein. Vita geht nicht durch. Sag ich doch. Vita geht nicht durch. Du oller Lappen. Buff. So, der Waffenknecht ist der nächste hier. Gleich den nächsten Banner her. Oh, wo war ich jetzt auf der Banner her? Könnte vielleicht irgendwie... Ne, alles gut. Rubinkafunkel. Alfino hat mal endlich seine Tricks ausgepackt. Finde ich schön. Hier, boing. Krieg da nochmal kurz den Kreis der Verachtung ab. Bevor ich hier anfange, weiter Terror zu schieben. Und diese Szene kann ich mich nicht mal mehr erinnern. Aber finde ich cool. Ups. Oh, da kommt noch Anchefond. Silberklinge. Unser Freund Anchefond direkt an unserer Seite. Das gefällt mir. Der coolste von allen. So, die Buffer da drauf. Das ist schön. Ihr seht, ne? Mit der Legacy-Steuerung geht das mit dem Ausweichen wesentlich schneller. Genauso soll es natürlich auch sein. Oh. Nein. Du machst hier gar nichts. Kriegst gleich auf die Nase. Na, super. Das bleibt ja hier wie am Spielen gerade. Ich glaube, seine Dinge zwischen den Spielen aus... Oh, oh, oh. Sprung ein Stückchen weiter zur Seite. Sowas dachte ich mir schon, dass irgendwas passiert. Na. Okay. Ah, ich hätte mich treffen lassen sollen. Aber da hinten ist nochmal so ein komischer Typ. Dem natzen wir mal eine rein. So, komm. Gib mir einen Schlag ab. Ich habe gerade Schildron aktiv. Dadurch wird meine Parade erhöht. Er macht aber nichts. Ärgerlich. Egal. Egal. Chariber ist gleich im Eimer. Und da ist er down. Spielinhalt beendet. Uhaha. Mittelfinger-Zeig. Verflucht. Ist also doch etwas dran an den Gerüchten um dich und deine geheimen Kräfte. Was ist hier los? Die hat noch gefehlt. Aber echt? Vielleicht wäre das sogar besser. Hier hätten wir womöglich Unschuldige in den Kampf hineingezogen. Ich dachte mir schon, dass sie auch hierher kommen würden. Sie wollen die Revolte im Keim ersticken. Ist die Azur gerade etwa auch ins Hauptquartier der Tempelritter eingedrungen? Grino war da. Um uns mitzuteilen, dass der Großmeister verhaftet worden ist. Deswegen waren Tempelritter in Charibäers Gefolge. Ja. Die Azur-Garde hat das Kommando übernommen. Etwa die Hälfte der Tempelritter hält Emmerik die Treue und hört auf meinen Befehl. Aber die anderen, die schon damals gegen seine Ernennung zum Großmeister waren, haben sich bereitwillig in die neue Lage gefügt und sind schon auf dem Weg zur Kurie. Da seid ihr ja alle gerade zur rechten Zeit hier aufgekreuzt. Habt ihr euch vorher irgendwie abgesprochen? Du bist die Anführerin der Rebellen? Oh, heute bin ich alles Mögliche. Für den lackierten Papstwächter vorhin zum Beispiel die Königin des Abschaums. Wie findest du das? Und für den Jungen hier bin ich schon die Retterin eures durchgedrehten Märtyrers. Es ist euch also ernst, was? Gut, an uns soll's nicht liegen. Wir haben diesen verdammten Staat mehr satt als ihr alle zusammen. Immer los mit der Revolution. Da komm ich ja schon fast zur richtigen Zeit. Perfekt. Vive la Revolution. Ja, reden wir mal mit Hilda. Wie wollen wir das schaffen? Revolution mit 2, 4, 6, 8. Naja, gut, sagen wir mal lieber 7 und ein halbes. Tataru zähle ich nicht als tatkräftig. Hilda, erzähl mir mal was. Das mit dem Languhr geht euch nicht aus dem Sinn, was? Ich hab schon mitbekommen, dass ihr euch erkundigt habt. Die Geschichten stimmen, wo ich herkomme und alles. Tja, ich schäme mich nicht dafür. Nicht mehr. Und dass sich ein Adliger an einem hübschen Mädel aus dem Volk vergreift, ist gar nicht so ungewöhnlich. Wisst ihr, dass er meine Mutter rausgeworfen hat, als ich im Anmarsch war? Auch nicht wirklich. Die benutzen uns, wie es ihnen gefällt. Im verschwiegenen Kämmerlein sollen wir ihnen dienen und draußen auf dem Acker und auf dem Schlachtfeld. Aber damit ist bald Schluss. Dafür werde ich sorgen. Mit Pulver und Blei. Klar, nicht alle von denen sind Schweine. Und immerhin kann ich wegen denen jetzt mit Schusswaffen umgehen. Aber genug gequasselt. Jetzt lasst uns mal was ins Rollen bringen in diesem modernen, vermoderten Mauerwerk. Ja, wir bringen Tod und Verderben gegenüber allem, was uns im Weg steht. Gib mir die nächste Quest. Dankeschön. Um Mischkarts Willen. Ihr habt euch wirklich einen guten Zeitpunkt ausgesucht. Wir planen nämlich tatsächlich eine kleine Revolution. Und zwar schon seit längerem. Aber eins will ich euch noch sagen. Mit den Heretika, einem Verletzten, haben wir nichts zu tun. Aber wer hat die Heretika dann in den Stadt gelassen? Das müsstest du wissen, Mädchen. Ihr Tempelritter bewacht doch das Tor des Urteils. Ich schätze mal, nur wenn einer von der Azur-Garde antanzt und mit einem päpstlichen Befehl wedelt, würdet ihr aufmachen. Nicht, wenn ein paar abgerissene Gestalten wir darum bitten. Ich vermute mal, dass sie alle ihre Feinde in der Stadt zusammentreiben wollten, um sie auf einen Schlag niederzumetzeln. Heretika und uns Rebellen. Aber wir haben den Braten gerochen und uns schön rausgehalten. Aber dann hat Großmeister Emmerich ganz unerwartet gehandelt, woraufhin die Azur-Garde die Kontrolle über die Tempelritter übernommen hat. Damit sie sich nicht mit den Rebellen verbünden können, nicht wahr? Das kommt um ungefähr hin, würde ich sagen. Jedenfalls gibt es kein Zurück mehr. Wenn ihr einen brauchbaren Plan habt, dann raus damit. Den haben wir. Aber sag uns noch eins. Können wir auch mit Verstärkung von Kämpfern der anderen Adelshäuser rechnen? Inoffiziell? Wusstest du, dass wir heimlich Unterstützer dort haben? Ich hatte nur Vermutungen, keine eindeutigen Belege. Die vier großen Häuser rekrutieren ihre Kämpfer zu großen Teilen aus dem einfachen Volk. Leute ohne besondere Loyalität zu ihren adeligen Herren. Aber tagtäglich müssen sie für den Adel ihr Leben riskieren. Ich fragte mich, ob die Widerstandsbewegung nicht sogar von dort aus ihren Ausgang genommen hatte. Von den einfachen Knappen und Kriegsknechten. Wenn du dafür sorgen könntest, dass die Heere der anderen Häuser im Ernstfall nur eingeschränkt handlungsfähig sind? Du meinst, die einfachen Kämpfer sollen einfach den Dienst verweigern? Dann hätten wir nur noch die Hälfte der Tempelritter und die Azurgarde gegen uns. Damit hätten wir eine reelle Chance. Kannst du das veranlassen? Wie stellt ihr euch das vor? Wenn es mit der Revolte nichts wird, kosten sie das Kopf und Kragen. Ich könnte höchstens Falschinformationen einschleusen lassen, um sie anderweitig zu beschäftigen. Mehr riskiere ich nicht, auf keinen Fall. Okay, auch gut. Dann können wir Großmeister Emmerich befreien, ohne auch nur noch drei Ritterheere fürchten zu müssen. Und Papst Thor dann stürzen und die Lügen der Geschichte berichtigen. Klingt nice, machen wir. Wir sind the fucking Guardian of Light, wir machen alles, sogar Botengänge. Hauptsache es gibt Geld dafür. Während die Rebellen uns Zeit verschaffen, befreien wir Großmeister Emmerich und überwältigen den Papst. Alles hängt davon ab, dass wir beides schaffen. Und zwar rasch. Enchauffant und Alfino, ihr findet Estinien und folgt mir nach. Sobald wir uns Zutritt zur Kurie verschafft haben, durchsuchen wir die Kerker nach Großmeister Emmerich. Dufte. Du bringst einer kleinen Truppe zum obersten Stockwerk der Kurie vor und versuchst den Papst zu finden und unschädlich zu machen. Macht euch auf einen heftigen Kampf gefasst. Der Azulgarde wird versuchen euch aufzuhalten, aber genau das ist unser Plan. Während ihr sie beschäftigt, befreien wir den Großmeister. Wir haben auch einen kleinen Startvorteil. Eine der Wachen ist auf unserer Seite. Er kann uns ungesehen in die Kurie lassen. Sprich mit der Wache der heiligen Kurie auf der großen Ast bist, sobald du bereit bist. Oh Mann, ich bin heiß. Revolte, Revolte. Und die Musik dazu passt akkurat. Ich liebe es. So, wo wollen wir denn als nächstes hin? Strebewerk. Das klingt gut. Da sprinten wir doch gleich mal hin. Torwache? Nee, hier müssen wir dann. Ausgezeichnet. Wir verprügeln. Kirchenanhänger. Ist das nicht süß? Ich freu Bier. Äh, Freibier. Das gibt's hoffentlich danach. Würde mich freuen. Boah. So, Leichen sollst du weichen. Achso, ja klar. Leichen sollst du weichen ist die Quest, um den Dark Knight freizuschalten. Der interessiert mich hier aber nur ganz peripher. Da gibt es andere Klassen, die wichtiger sind. So, ähm, wo bin ich denn hier jetzt? Hallo? Ah, hier bin ich. Wie viel Zeit haben wir noch? Sechs Minuten? Da schauen wir uns nochmal um. Hier waren auch andere Quests. Weil ich weiß nämlich, was als nächstes ansteht. Und weil ich weiß, was als nächstes ansteht, sollten wir uns mal umgucken. Ich bin hier nämlich vorhin bei einer Quest vorbeigelaufen. Die wollte ich nicht einfach annehmen. Ich weiß auch nicht, wieso die da ist. Was haben wir hier? Die Wege der Astrologie. Gut, das ist Astro-Quest. Interessiert uns auch nicht. Und zwar hier der Elenard da Ritte. Der hat irgendwie eine Quest, in der man Stufe 4 Materie und eine Windederquelle bekommt. Und ich weiß einfach nicht, wozu diese Windederquelle da ist. Dementsprechend nehmen wir diese Quest hier einfach an. Bla bla bla. Und gucken wir mal. Welche ist denn das jetzt? Achso, in Gedenken können wir mal ganz kurz... Abelatia, abelatusches Wolkenmeer, abelababla Wolkenmeer. Oh super, da können wir auch direkt hin. Dann machen wir das doch mal schnell. Die Zeit können wir nämlich noch voll nutzen. Dann haben wir nämlich in der nächsten Folge geballte Action. Ohne großartige Zwischenstopps mit viel Cutscenes und viel, viel mehr. Und natürlich meinem wunderschönen dummen Gelaber, wie man es von mir gewohnt ist. Muah. Ich freue mich schon. So, da haben wir ihn auch schon. Ich frage mich, wie gesagt, nur was genau der bringt. Eine Abenteuerin, bla bla bla. Was kann ich für dich tun? Hier hast du einen Bettlaken. Ein fröhlichen Keks. Bla 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 bla. Fein. Aha, jetzt habe ich hier hinten eine Quest. Die ist jetzt abgeschlossen. Ah, dann muss ich da runterlaufen. Okay. Nehmen wir nochmal Schokobo. Kommen wir auch mal ganz kurz hier auf die Spielinhalte. Ne, auf Karte war das. Karte, 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 Karte und bla. Windeterquellen. Ich weiß gar nicht, wozu die jetzt gehört, die Windeterquelle. Aber ich würde mal sagen, zu abelababla Wolkenmeer. Na komm, irgendwo kann ich hier da runterspringen, sage ich doch. So, bei den anderen können wir zum Glück schon fliegen. Fehlt eigentlich nur so abelabla Wolkenmeer. Ah, was ist das denn hier? Es sind noch zwei Gebiete offen. Ich habe mir gerade echt ein Gefühl, welche Gebiete das waren. Ah ja, bing, klar. Ich weiß es wieder. Alles cool. Da kommen wir noch früher oder später hin. Und das wird auch witzig. Ja, 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 ja. Hier werde ich die ganze Zeit von der Seite angefaucht und angemauzt und so weiter. Oh, guck mal, hier eine Windeterquelle. Warum ist die hier? Und warum habe ich die vorher noch nicht gesehen? Jetzt bin ich echt ein bisschen verwirrt. Ah ja, stimmt. Die hatten ja die Windeterquellen ein bisschen verändert. Dementsprechend werde ich hier jetzt auch gleich die Quest übergeben und die nächste Windeterquelle für blablabla Wolkenmeer bekommen. So, was nehmen wir denn? Stärke, Willenskraft, Geschick. Stärke, Stärke, Willenskraft und Geschick. Ja gut, nehmen wir Stärke. Yay. Stufe 56, der vermisste Ritter. Die Quest ignorieren wir jetzt einfach mal. Oder nehmen wir die an? Was haben wir hier? Mundraub, furchtbare Erde. Das ist auf einmal hier so unglaublich viel. Wir könnten ja mal ganz kurz gucken. Hier, Ederkompass, wo hier der nächste ist. Oh, Hart ist da ganz weit oben im Norden. Das interessiert mich den Feuchten. Dann nehmen wir hier diese 56er Quest auch an. Einfach deswegen, weil wir sicherlich früher oder später hier hinkommen, um den nördlichen Teil zu inspizieren. Und sobald wir das haben, werden wir dann auch, denke ich, ähm, ja, werden wir auch fliegen können. Und weil hier sicherlich irgendwelche Quests am Laufen sind, die mich daran hindern werden, ähm, fliegen zu können, weil ich Folgequests und so weiter brauche, um diese Wind-Ether-Quellen zu nutzen oder zu bekommen, nehme ich die lieber sicherheitshalber schon mal an. Und hoffe, dass das alles so richtig ist, was ich gemacht habe. Ansonsten, wenn ich, ja, gut, dann Pech gehabt, gibt's Erfahrungspunkte. Auch nicht schlimm, kann man immer gebrauchen, hab ich gehört. Und zumindest so bis, bis soweit ist halt, ne, Stufe 50 und so, äh, ne, Stufe 60. Was haben wir denn hier? Ähm, 56, fruchtbare Erde. Okay. Wie gesagt, wir nehmen die jetzt erstmal an. Danach geht's wieder zurück nach Ischgard, denn da ist nämlich eigentlich die, ich würde gerade sagen, die Kacke am Dampfen. Weil genau, eigentlich trifft es ganz gut. Doch, das trifft es eigentlich sehr gut, finde ich. Sagen wir ruhig, die Kacke ist am Dampfen. Dann brauchen wir uns nämlich um den Kram hier erstmal nicht kümmern. So, zurück nach Ischgard. Fundamente. Und die nächste Quest weitermachen, beziehungsweise die Main Quest weitermachen. Jo, und hier. Eteritennetz. Bogen des Würtigen ist das? Ich gehe da einfach mal hin. Vielleicht habe ich Glück und wir sind dann direkt vor der Kapelle. Ja, ja, Ladezeiten sind was Schönes. Derp. Schön vor Ischgard teleportiert. Nein, da wollte ich natürlich hier nicht hin. Alle guten Dinge sind zwei. Gut, dann geht's halt eben zurück. Ich teleportiere mich einfach zum Haus der Forton und dann ist alles geregelt. Dann wissen wir, dass wir am richtigen Punkt sind. Ich gucke gerade eben noch auf die, auf den Bildschirm meiner Freundin und da feststellen, ja gut, sie macht gerade Dudes Guide. Nächste E, oder was? Ja, fast. So, anwesend der Forton, da geht's hin. Schön die letzten Minuten echt noch rausgezögert. Hahaha. Hahaha. Aber, wie gesagt, Story und so. Story. Ich liebe Story. So, wir machen hier mal einen schönen Blick. Ähm, wie war denn das nochmal? Genau. Wir setzen uns hier mal einen schönen Blick auf. Während wir hier hochlaufen. Ups. Ah ja, das ist doof. Ich kann meine Kamera einfach nicht einfach so drehen. Da ich ja jetzt mit WASD am Laufen bin. Und die Duftemietze rennt. Rennt die Treppen hinauf. Direkt vor die Kapelle. Ah, Duftemietze. Senescher Lucia hat mit ihren Leuten bereits drin auf dem Weg zu den unterirdischen Zellen. Rasch bevor jemand Verdacht schöpft. Seid ihr bereit, die Kurie zu betreten? Ja, aber sicher. Erz Basilika nun zugänglich. Kajam. Eine neue Instanz. Und da geht es in der nächsten Folge weiter bei Let's Play Final Fantasy XIV. Heavensward oder Heavensward Final Fantasy XIV. Sucht es euch aus. Schreibt es mir in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen. Bis bald. Der Duftetyp. Verduftet erstmal. Zoom.